Herzlich Willkommen meine lieben Freunde zu einem neuen Spiel, und zwar Minecraft Playstation 3 Edition. Ja, Entschuldigung, dass halt ein bisschen lang kein Video mehr kam. Ja, das werden wir halt jetzt dann beheben. Doch jetzt erstmal umstellen die Grafik. Bis man es besser sehen kann. So, hier. 31 Gamma. Okay. Gut, wir starten. Ich habe hier also einen Freund da. Der heißt Niklas. Ich werde seinen Kanal verlinken. Und wir werden diese Welt dritter nennen. Ich habe wirklich meine Welt, nehmen wir die behinderten Namen. Okay. Und? Neue Welt. Er schafft. Los, Saji. Wir sind mega geheimt auf dem Spiel. Ihr seht, ich habe nur zwei Tests. Und auf meinem Kanal wird es mit der Welt weitergehen. Ja, wir machen das einfach so. Einmal das, einmal auf seinen Kanal, einmal auf meinen Kanal. Also, es gibt ein Part bei ihm und den anderen Part bei mir. Dann wieder bei mir, dann wieder bei ihm. Und ich werde spielen bei meinem Kanal und er wird bei seinem Kanal spielen. Also, ich mache jetzt diese erste Folge hier. Und die zweite Folge kommt dann auf seinen Kanal. Die dritte kommt dann wieder auf meiner. Die fünfte dann auf seinen. Und das geht dann immer halt so weiter. Bis halt... Ja, bis einmal... Ne, das ist halt hardcore. Zu hardcore, Digga. Wir sagen, das Let's Play geht mal bis zu Folge 100, wenn es euch dann weiterhin gefällt. Bewerten und kommentieren nicht vergessen. Ja, und sagt halt, ja, jo, macht bitte Wetter. Ich mag das so. Bitte nicht aufhören. Ich will euch heiraten. Du bist doch nicht. Ne, mal, mal, mal. Bist du nicht ein bisschen... Kloppt. Okay. Bist du behindert? Werkbank. Kann man da Werk... Kann man Werk banken? Gut, bitte schalte deinen Easy-Modus aus. Okay. Okay. So, äh... Erstmal... Entschwert. Warum denn auch? Gehen wir mal runter. Jetzt mach ich mal mit ne Spannenspielzecke. Was brauchen wir Erde? Ja, ich nur soll es runterbauen und mit der Erde kann man ja auch was machen. Die ist... Das Video wird so... Mach mal 10 Minuten lang. Ich hab immer 14 Minuten und 35 Sekunden. Okay, dann mach mal so. Okay. Oder wir machen nur lieber 6. Wartet nur kurz. Wir müssen noch Handy anstecken. Ihr seid scheiße. Spaß. Kohle, Kohle, Kohle. Können wir das sehen? Ne, zu dunkel. Okay, wartet. Ich weiß doch, YouTube wird alles... ...dings... ...behindert. Jetzt soll ich da auch was sehen. Gut. Sorry, dass ich immer noch mit meinem Handy aufnehmen, nur halt... Wir haben zu wenig Geld. Wir brauchen erst ein Kamerasaktiv. Mhm. Dann muss ich die Kamera nicht halten. Ich hab ja auch mein Laptop-Videos, ein Kamerasaktiv. Nur halt... Es hält halt immer nicht lange, wie ihr meistens immer sieht. Nur... Ja, ihr seht halt. Es geht oft kaputt und so. Ich hab erst vor kurzem eine Game Capture gekauft. Wirklich? Ja. Hab ich zum Geburtstag bekommen. Oh, okay. Ja, seriously. Okay. Mit einer Schaufel wie ein professioneller Minecraft-Spieler. Ja, gut. Hilfe. Hilfe. Gut. Wir werden auch vielleicht ein Handy-Let's-Play machen. Was für Handy? Bei mir wird's bald, äh, wird bald jetzt hochgeladen oder ist sogar schon erzogen. Ich hab keine Ahnung. Entschuldigung, dass Kamera gerade verruggelt wurde. Okay. Sag mir, wenn's 14 Minuten, 35 sind. Wie viel sind schon? 5, 24. 30. Der Ruh, da hab ich gesagt, dass ich... In der Batscher des Jahres. Du bist der Hecker des Jahres. Spaß. Okay, guck, okay. Ich hecke. Oh mein Gott. Ich bin im Game-Own. Ich bin im Game-Own. Ich bin im Game-Own. Er hackt. Nicht Spaß. Okay, lass mal. Das ist ganz schön. Ja, okay. Komm, bleiben wir normal. Also. Er heißt Manuel. Und ich heiße Niklas. Das heißt sein Kanal Manuel Hartl. Und mein Kanal Niklas Stix. Beep. Ich weiß Niklas eh, aber scheinlich auch. Mein Kanal heißt... Beep. 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 Manu, Manu, Manu. Weißt du nicht noch, wo die Burg benchtet? Die hab ich in meinem Hand. Das ist okay. Ich suche mir gerade ein perfektes Plätzchen. Jetzt kommt es. Ja, wir haben ein Bett. Echt? Ich seh gar nichts. Du siehst kannst. Ich hab mir gerade jetzt gecraftet. Okay, klar, nöger. Das ist die Workbench nicht mitgenommen. Kann das hier sein? Ja, sicher. Naja, es ist ein bisschen hell, sorry dafür. Aber dafür könnt ihr hier unter die Inventar-Leiste schauen. Ich weiß, ich bin doch ein Noob in Minecraft. In solchen Videos. Du und Noob? Ja genau, gewinnst du eh nur in Minecraft PvP. Speeeess. Hat schon so oft verloren. No, lag, 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 lag. Okay, lag ist wieder vorbei. Au. Ich möchte ein schönes Plätzchen für ein Haus. Schönes Plätzchen. Gut Deutsch. Gut Deutsch. Ich bin, dass sich das anhört. Entschuldigung. Hier, das war eine gute Höhle. Oh mein Gott. Nice. Da liegt Eisen. Eisen. Ich glaube, da unten ist irgendwas. Ich hoffe, ihr seht alles perfekt. Wenn nicht, dann mache ich jetzt mal. Nein. Ich meine, so wie ich die Kamera halte. Das kann man ein bisschen höher. so rauf. Zack. Gibt es besser? Mhm. Ich habe zwar gemeint, wie ich das halte, aber ja gut. Nein. Nee, das überlebst du nicht. Ich bin doch noch zu schwach. Mhm. Mhm. Äh, ich wollte schauen, dass du da bald was siehst. Blau, warum bleibst du nicht in der Höhle? Ich bin doch nicht so. Ich bin doch, äh, den. Von Kohle findet man immer urviel. Naja. Wie lang noch? Äh, wie lang schon? Neun, drei. Okay. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Sekunden. Ja. Denkt sich so Minuten, oder? Digga, Kies. Die Zeit vergeht so schnell. 14,36 hast du gesagt, stimmt's? Ja. Okay. Okay. 14,35. Was? 14,35. Achso, okay. Ey, ich will schauen, dass du dann das Essen schmelzt. Ja, ich muss halt noch einen coolen Platz auf dem Unterschlupf oder so finden, ne? Ja, gut, doch mal hoch bauen, ne? Ähm, wo? Nicht. Schwarze Wolle. Okay, das sieht jetzt dumm, aber wenn du jetzt anspielst, uh, hast du sowas. Hm? Ich muss ja so viel, das sieht doch gut aus. Jo. Wann gibt's jetzt sowas in Minecraft? Frag mich nicht. Ja, hier so runterbauen. Hier die Basis errichten, oder? Ja. Geht schon klar. Wir sind jetzt bei 10, 25. Geht schon klar, der erste Fall, den Unterschlupf. Hm. Es gibt nicht bei jedem. Ja, hier gut, doch mal weiter ausbauen. Ach ja, ist er was. Es gibt schon so viel Kohle. Ja. Hau noch ein bisschen mehr Kohle rein. Das reicht. Glaubst? Ja. Ich kenn ja Minecraft. Aber sonst hab ich hier noch Kino Kohle. 11,15 sind wir jetzt schon. Noch ein bisschen Holz zusammen. Ach ja, apropos Leute, auf meinem Kanal wird euch jetzt was erwarten, was ihr nicht glaubt. Ich hab die Biiiipp Abonnenten geknackt. wie behindert sich das anhört Dein Ernst, eine Tür? Really? Was bringt sich diese Tür? Ja, ich bin professionell Genau Wir sind jetzt bei 12,5 Ja, es geht Bau noch das Bettchen Bau das halt in deiner Folge dann noch aus Es ist dunkel, stell dir mal bitte Fackeln hin Kleiner Stell dir mal bitte Fackeln hin Achso, okay, du gehst dann Das heißen ist geschmolzen Alles? Alles Was soll ich mir jetzt machen? Ich würde sagen, ein Schwert Eine Farm Eine Farm? Ja, Essen Achso, ja Ich könnte das hier machen und jetzt halt dann alles ein Schwert Da habe ich noch eins und dann kann ich mir den da aufsparen vielleicht für Rüstung oder so Wir sind jetzt bei 13,30 Ja Ich lage für dich noch alles an Und mal die Karte an schon Sorry kurz für die kurze Steuerung Nie wieder vorkommen Nie wieder vorkommen, wie der Bruce soll ich sagen, würde Also wir sind jetzt bei 13,50 Jetzt sind wir bei 13,50 Ich tue die Fresse Jetzt willst du schon langsam Zeit machen, oder? Ja Fünf Part Fünf Part Nee, dich schon langsam Oh Leute, es heißt Zu verabschieden Von deinen Fans Weil wir sind jetzt bei 14,10 Also wer alt ist Warte kurz noch Warte kurz Ich bin der Bruce So So Leute, das war's jetzt dann für diese Folge hier Die nächste Folge kommt dann bei Niklas mit einem neuen Skin Also die letzten Die Folgen werden immer mit einem neuen Skin Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part Tschüss